Hallo meine Lieben! Ja, ich melde mich nach langer Zeit neben Dead by Daylight mal zurück. Ja, wie ihr alle wisst, bin ich ja immer noch im Weiterbildungsstress. Das Ganze geht jetzt so in die letzten Züge. Heute ist Sonntag, der 4.12. und ich muss mich heute wieder auf den Weg machen zum letzten zweiwöchigen Abschnitt an der Akademie. Und ja, da wir ja auch jedes Mal Klausuren schreiben, ist das natürlich alles mit viel Lernerei verbunden. Habe ich euch alles schon erzählt. Und Ende Januar ist dann die Prüfung. Dann habe ich es endlich geschafft, dann habe ich auch wieder mehr Zeit. Ja, Dead Space habe ich noch nicht beendet. Da gab es so eine Fail-Runde, wo ich nicht weitergekommen bin. Habe ich auch noch nicht geschafft, das weiter zu probieren. Uncharted haben wir abgeschlossen. Und ich habe mit Absicht jetzt noch nichts Neues angefangen, weil ich dachte, das wird wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann kommt wieder ewig keine Folge. Und ich will dann lieber richtig durchstarten, einfach wenn ich wieder mehr Zeit habe. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen und kriege das neben der Arbeit dann nicht mehr alles so perfekt unter einen Hut. Und dafür müsst ihr einfach Verständnis haben. Es wird wieder besser. Es ist ja alles eine absehbare Zeit. Ich wollte euch das einfach noch mal ganz kurz in einem kleinen Infovideo sagen. Ich lebe noch. Es geht auch weiter. Ich bitte euch noch um ein bisschen Geduld. Es gibt viele, viele tolle Spiele, die ich auf jeden Fall noch zocken will. Der erwartet uns ja noch einiges. Und ja, das war es jetzt auch erstmal an dieser Stelle. Das waren die paar Worte, die ich nochmal an euch richten wollte. Vielleicht, klar, ich werde sicherlich auch vor der Prüfung noch das ein oder andere Video raushauen. Dead by Daylight wird sicherlich immer kommen. Und mal gucken, worauf ich so Bock habe. Und das muss ich halt einfach spontan sehen, wie dann die Zeit ist. Dann mache ich auch was. Und haltet durch. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit schon jetzt. Und ja, habt ganz viel Spaß. Und wenn ihr von mir nicht genug bekommt, könnt ihr gerne in meinen ganzen Playlists schauen. Da gibt es bestimmt noch ganz viele Videos, die ihr alle noch gar nicht gesehen habt. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Mache mich auf den Weg zur Weiterbildung. Habt eine schöne Zeit. Und bis bald. Eure Schneckball.